Tai Chi Teil 1, Nummer 1, Bild 1 zentriert stehen, Bild 2 das Tor öffnen, Bild 3 das Qi wecken, Nummer 2, Bild 4, Ball halten rechts, Bild 5, den Kranischschwanz streichen, links, Bild 6, Ball halten links, Bild 7, den Kranischschwanz streichen rechts, Bild 8, den Ball wie durch Wasser ziehen, Bild 9, Schutzhaltung, Nummer 3, Bild 10, großer Kreis, Bild 11, den Vogelschnabelschützen, Bild 11, den Vogelschnabelschützen, Bild zwölf, die Peitsche. Nummer vier, Bild dreizehn, großer Kreis. Bild vierzehn, Abwehrstellung. Nummer fünf, Bild fünfzehn, der Kran, ich breite die Flügel aus. Bild sechzehn, den Apfel pflücken. Nummer sechs, Bild siebzehn, vorschieben. Nummer sieben, Bild achtzehn, ableiten. Bild neunzehn, Harfe spielen, Abwehrstellung. Nummer acht, Bild neunzehn, mit dem Tigermaul packen. Bild zwanzig, Kniestreifen. Bild einundzwanzig, Schrittfolge. Bild zweiundzwanzig, vorschieben. Nummer neun, Bild dreihundzwanzig, ableiten. Bild vierundzwanzig, Harfe spielen. Nummer zehn, Bild fünfundzwanzig, Faust verstecken. Bild sechsundzwanzig, der Kran, ich hebe die Schlange auf. Bild siebenundzwanzig, Fauststoß. Nummer elf, Bild achtundzwanzig, Hüfte kreisen. Bild neunundzwanzig, Hüfte kreisen. Bild dreißig, Hüfte kreisen. Nummer zwölf, großer Kreis, Bild einunddreißig. Bild zweiunddreißig, gekreuzte Hände. Bild dreißig, gekreuzte Hände. Bild vierundzwanzig. Robert, nimm rechts, Hüfte kreisen. Waashiyel, Binar alternatives Untertitelung des ZDF, 2020